Willkommen zu unserem Kurzfilm über einen Oldtimer-Bagger Atlas AL 330 mit dem Baujahr 1968. Wenn die Hälfte die Hälfte sind, dann wird es ja schon gehen, ne? Denn das ist hier nicht ungefährlich. Und ein bisschen auf die Seite, jetzt kommst du rum zu uns. Ja, das ist nicht ungefährlich hier. Oh Halleluja. Du bist auf den Daumen drücken verantwortlich. Dieser Bagger ist ein Anhängerlader und Einachsanhänger und dadurch eine in sich verbundene Geräteeinheit. Hier ist das entscheidende Merkmal die Tieflöffel-Einrichtung. Dabei wurde einer dringenden Forderung der Praxis Anfang der 1960er Jahre nachgekommen, denn die Einrichtung zum Tieflöffelbetrieb mit einer Grabtiefe von maximal 135 cm rundet die breite Skala der Einsatzmöglichkeiten ab. Halt! Stopp! 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 Durch die Vielzahl der Greiferwerkzeuge wurde alles noch wesentlich erweitert. Der Atlas AL 330 arbeitet über das Zapfwellenlager und über die Zapfgelenkwelle nur in Verbindung mit einem Schlepper oder Traktor. Er kann sowohl für Erdarbeiten als auch für Holz und Schütterarbeiten eingesetzt werden. Er wiegt etwa 1,6 Tonnen und hat eine sehr gute Hydraulik. Doch als wir in der Nähe von Stuttgart ankamen, um ihn abzuholen, hat es unentwich geregnet. Ich sage es gerade heraus, das war kein Zuckerschlecken. Björn hat den Atlas AL 330 zusammen mit Bernhard mit viel Mühe auf unseren Anhänger rangiert. Danach wurde er von Björn sehr gut abgespannt und verzurrt. In unserem Kurzfilm zeigen wir euch, wie wir diesen Bagger auf den Anhänger bekamen. Setzt euch gemütlich hin, nehmt eine Tasche Tee und schaut zu, wie wir ihn im Regen auf den Anhänger gebracht haben. Ich wünsche euch viel Spaß! winter�니다. gu. Zwei Bekorn. Zwei Bekorn. Da, da. Das ist wieder zu viel. Das ist wieder zu viel. Das ist wieder zu viel. Das ist gleich links einschlagen. Das ist zu viel. Das ist wieder zu viel. Das ist wieder zu viel. und neunlang haben wir noch den Stämaten? Das ist wieder zu viel. Das ist wieder zu viel. Das ist wieder zu viel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da haben wir uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Step by step, genau. Vielen Dank. Vielen Dank.